Guten Tag, hier die von Ihnen bestellte Caritas Smartphone Box. Herzlichen Dank. Smartphone Box? Was ist das? In Deutschland, da liegen Millionen nicht gebrauchter Handys in Schubladen und Schränken, vergessen und unbeachtet. Sie können mit Ihren alten Smartphones schnell, unbürokratisch und nachhaltig anderen Menschen helfen. Die Smartphone Box können Sie ganz einfach online bestellen. Sie wird Ihnen geliefert und wenn die Box befüllt ist, auch kostenfrei wieder abgeholt. Die Smartphone Box stellen Sie gut sichtbar im Eingangsbereich Ihres Unternehmens, der Schule, Ihrer Behörde oder Ihres Verbandes auf. Einfach eines der nicht mehr benötigten Smartphones in eines dieser Fächer stecken und das war es auch schon für Sie. Unser bundesweiter Partner Interzero holt die Boxen ab, begutachtet die Handys, bereitet sie wieder auf oder vermarktet die wertvollen Inhaltsstoffe. Die Hälfte der Erlöse fließt direkt und ohne Abzug in Projekte der Caritas-Verbände vor Ort. Und welche Projekte sind das? Hier einige Beispiele. Begleitung bei Behördengängen. Förderung von Alleinstehenden mit Kindern. Wertschätzung von Ehrenamtlichen. Unterstützung der Tafeln vor Ort. Hilfe für Wohnungslose. Unterstützung von Schutzhäusern für Frauen und Kinder. Und viele andere Hilfen für Menschen in Not. Tja und Ihre Unterstützung ist nur ein Klick entfernt. Bestellen Sie heute noch die Caritas-Smartphone-Box unter www.sammeln-box.de und den Rest, den erledigen wir für Sie. Danke. Vielen Dank.